So, hier kommt nämlich die Stimme aus dem Off. Was ist? Ah ja. Es hat sich jemand beschwert. Vielen Dank. Also, wir müssen eins durchhalten, und zwar das Hygienekonzept. Und es ist natürlich so, viele von uns sind geimpft. Und die Vorschriften sind die, dass wenn man Lebensmittel zu sich nimmt, wenn man also was trinkt, kann man die Maske abnehmen. Und wir haben jetzt jemanden hier im Haus oder hier im Raum, der sich unwohl fühlt. Und ich habe mich da erkundigt. Und es ist halt, wie soll man es machen, wenn man trinkt oder so. Und dann... Ja, aber... Ja, ja. Ja, genau. Ich muss jetzt auch meine Maske runternehmen. Das ist jetzt übrigens, wird das alles live übertragen gerade, weil wir machen den Livestream. Ich bin übrigens auch schon zweimal geimpft und habe auch die zwei Wochen hinter mir. Wir gucken, dass wir das noch hinkriegen. Aber wir müssen jetzt mit dem Konzert anfangen. Ich bitte die Musiker hier auf die Bühne. Und zwar haben wir heute das Albe-Meyer-Mikosch, die Albe-Meyer-Mikosch-Band. Applaus Das ist der Albe-Meyer-Mikosch, der Chef an der Gitarre und am Gesang. Dann der Florian Dormann am Bass, Anselm Krisch am Piano, Joachim Staud am Saxophon und der Maik näher an den Drums. Und ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung und wir gucken, dass wir das Hygienekonzept... Übrigens, das wollte ich noch sagen, wir haben hier eine hochprofessionelle Luftreinigungsanlage, die eigentlich in jedem Klassenzimmer stehen sollen. Das Ding kostet 4000 Euro. Also man kann, es entstehen hier keine Aerosole. Die gehen hier unten rein, werden erhitzt auf 100 Grad und kommen da oben, kommt die frische Luft raus. Also wir haben alles versucht hier und auch gemacht, dass alles so sicher wie möglich ist. Also viel Spaß und einen gesunden Abend. Die Albe-Meyer-Mikosch-Band. Die Albe-Meyer-Mikosch-Band. Untertitelung. BR 2018 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 Joachim Stout. Untertitelung. BR 2018 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 Now, said Ms. Jones, and we keep on meeting till we die, Ms. Jones and I. Now, said 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 Miss. Now, said Ms. Jones and I. Now, said Ms. Jones and I. and says, so what we're going to say about that, Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das nächste Stück ist eine ältere Komposition. Älter heißt aus den 60er Jahren und ist bekannt geworden durch eine Rockband. Aber wir haben es ein bisschen arrangiert und jetzt klingt es, als hätten wir das geschrieben. Und das Stück heißt Easy Street. Musik I was born on Easy Street Colder than the snow to me People there down on Easy Street Bring wine from the bottle But waiting for tomorrow You should sail Down Easy Street Bring your friends there like the ride Have your farm down on Easy Street On your ship of fools There ain't no rules to follow Your mama said you were a lying and a teasing But deep inside you know you're just pleasing me You found a lady that you wanna put a spell on But deep inside we both know You're just selling love You're just selling love Take me back to easy street Take me back to easy street Take me back where I belong Take me back where I belong Have your farm down on Easy Street On your ship of fools, there ain't no rules to follow guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Your mama said you were relying on the teasing But deep inside you know you're just pleasing me You found a lady that you wanna put a spell on But deep inside you know you're just selling love You're just selling love Take me back to easy street Take me back where I belong Have your fun down on easy street On your ship of fools, there ain't no rules to follow To follow, to follow, to follow To follow, to follow To follow Easy Street So, wir gehen nach Südamerika, genauer gesagt nach Kuba. Und zwar gibt es ein Stück, das wurde 1947 geschrieben von einem sehr bekannten Musiker dort, der heißt Osvaldo Fares. Und weil ich jetzt die letzten zwei Jahre Spanisch gelernt habe, ein bisschen, ein kleines bisschen, weil mein Sohn Marco da gewohnt hat in Madrid. Und damit ich das Bier auch auf Spanisch bestellen kann, sonst hätten sie mir keins gebracht. Spielen wir jetzt ein Stück auf Spanisch. Spielen wir jetzt. Spielen wir jetzt. Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hey, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Untertitelung. BR 2018 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 ... 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